Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Ellenring. Heute geht es mal ein bisschen um Rüstung und meiner Meinung nach die beste Rüstung, beziehungsweise Rüstungsteile oder vielmehr das, was ich aktuell benutze. Denn mit euren Tipps ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass Blutung ist und wie krass die Rüstung einen boosten kann. Dann muss man einfach die weiße Maske immer tragen. Die weiße Maske gibt immer 10% Bonus, wenn ihr Blutungsschaden macht. Und das kombiniert mit Jubel des Blutes ist einfach so komplett broken. Ich zeige euch auch wieso, weil ihr könnt nicht nur die eine Waffe, die Blutung hat, damit boosten, sondern jede Waffe damit um 30% boosten. Und wieso das so krass ist, zeige ich euch jetzt mal. Wir haben hier mal eine Lazuli Schimmersteinschwert, das eigentlich Magie Schaden macht und mit Blutung gar nichts am Hut hat. Das nehmen wir aber mal. und schauen uns an, wieso Blutung so übertrieben krass ist. Ich gehe hierfür mal ins Startgebiet. Und da kann man es nämlich ganz schön sehen. Also wir haben hier den Gegner. 9% Schaden, ja. Habt ihr alle gesehen. 9% Schaden. Gehen wir mal zurück. Dass der Gegner wiederkommt. Und jetzt, passt auf, jetzt mache ich Blutung auf mich selber vorher. Zack, mit Seboku. Ich habe die Waremaske an und ich habe Jubel des Blutes. Einfach mal 300 Schaden mehr. Mit einer Waffe, die an sich jetzt nicht so stark ist. Und die überhaupt gar nichts mit Blutung zu tun hat. Das ist einfach komplett broken. Das müsst ihr im Prinzip vor jedem Boss machen, damit ihr komplett, also, nehmen wir mal eine andere Waffe. Damit ihr das mal checkt, wieso das so krass ist. Wenn ihr eine Waffe habt, wie aus meinem anderen OP-Video, wie zum Beispiel die Henker-Axt, wo man schon 2000 Schaden macht. Dann nochmal 30% mehr, ist das 1000 Schaden mehr. Das ist komplett verrückt. Seboku auf einen selber. Andere Waffen nehmen. Und einfach mal so 2k. Machen wir das mal ohne Seboku. 500 Schaden weniger. 500! Und exponentiell steigern könnt ihr das natürlich, wenn ihr zweimal eine Blutungswaffe tragt. Die Blutungsschaden macht. Habt ihr das gesehen? Mal eben so 7k in einer Angriffskombi. Der Gegner konnte gar nichts machen. Nochmal, für diejenigen, die es gerade verpasst haben. Wir können das übrigens noch mehr boosten. Nehmen wir mal die. Das ist komplett verrückt. Andere Rüstungsteile sind zum Beispiel die Brust. Da gibt es aktuell für mich nur 2, die in Frage kommen. Auch dickes Danke nochmal an den A3P-Tick. Der mir nämlich hier die schwarze Raubvogelfedern Rüstung empfohlen hat. Damit macht man nochmal mehr Schaden bei Sprungangriffen und komplett broken Rüstung der schwarzen Klinge. Damit macht ihr einfach keine Geräusche mehr. Damit könnt ihr euch also den Talisman, Crepus Fiole, komplett sparen. Nehmt einfach Rüstung der schwarzen Klinge und man hört euch nicht mehr. Das sind für mich aktuell die beiden besten Rüstungen. Und dann könnt ihr auf die Hände und auf die Beine einfach ganz viel, also einfach die Ziegenbock Rüstung nehmen, weil die die beste Verteidigung hat für Gleichgewicht. Und dann, also damit, er macht alles weg damit. Das ist komplett verrückt. Und ich wusste, ich habe damit nicht gerechnet, dass Blutung so kommt, also zieht euch das rein. Das macht kein, kein, das macht einfach keinen Sinn. Also, es ist einfach viel zu krass. Und, äh, was ihr dann auch machen könnt, was auch witzig ist. Haltet euch doch einfach auf Entfernung. Ich habe euch schon mal eine Waffe gezeigt, womit ihr euch heilen könnt. Wie sieht es denn mit der Waffe aus? Wenn ihr mal nichts mehr zum Heilen habt, macht einfach so, seid ihr wieder full life. Das ist, äh, aktuell, ich habe euch schon mal das Trümmergroßschwert gezeigt, der quasi den gleichen Angriff hat. Macht ein bisschen mehr Schaden, heilt aber nicht. Deswegen, aktuell die blasphemische Klinge, mega, mega nice. Macht den gleichen Angriff. Aber, ihr könnt natürlich damit euren Angriff boosten. Und habt da mal eben 1100 Angriff. Ja. Blutung, also das Thema Blutung ist komplett verrückt. Ich sage es euch, wie es ist. Wer wissen will, wo es die blasphemische Klinge gibt, dafür müsst ihr einfach Raikard besiegen, der Mahouse Vulkan. Es gibt noch eine Möglichkeit, euren Angriff noch weiter zu boosten. Ihr macht Zeppoku. Nehmt Arznei, dass eure Angriffsserie verstärkt wird. Das ist komplett broken. Verformte Axt, ich glaube, die hatte ich noch gar nicht. Was ich in der Arznei habe, zeige ich euch noch schnell. Das ist vor allen Dingen für so starke Gegner sehr gut. Das ist einmal hier gesprungene Dornenträne. Die erhöht, wie gesagt, die Angriffsserie. Und verhärtete Bleiträne. Das erhöht dann das Gleichgewicht auch sehr gut und sehr nützlich. Ihr habt gerade gesehen, ich wurde getroffen und bin nicht zurückgeschreckt. Also ja, das sind so die Tipps und Tricks, die ich von euch nochmal bekommen habe. Komplett, komplett broken. Was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe beide Plünderkrumm-Schwerter vor Kult gestellt. Das gibt ein B auf Arcan. Mein Arcan ist gerade bei 30. Also wenn jetzt Arcan auf 70 oder 80 wäre, würde ich noch mehr Schaden machen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Noch mehr Schaden. Komplett verrückt. Sagt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet mit Blutung, was ihr aktuell benutzt. Also es ist komplett, komplett verrückt, meiner Meinung nach. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gerne das Video liken. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.